hallo und herzlich willkommen zurück zur großen sammelfolge von nummer zwei wollen wir das jetzt noch jagen oder ist es zu spät für den Taff? ich jage nicht mehr. heute jage ich nichts. ich geh jetzt angeln. ok zum hänker da ist das hingepackt. in dem backpack? ja ich kann offenbar nur an teichen angeln ja toll ich kann eigentlich nichts machen solange es regnet ich kann nur unter dem baum stehen na toll sollen wir den regen tatsächlich das nächste mal abstellen hm so regen ist echt scheiße na 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 aber mann der regen und das inventar ist dann ziemlich voll sanity sinkt wieder wegen regen ja das bringt ja nicht so viel ne ne wirklich ne toll rutschiges shusui rutschiges sandai kitetsu eine wasserstraße klatschnasse Zorros katana toll rutschige schaufel durchnässte asche machst du gleich feuer ich bin nicht zu hause ich bin unterwegs ich werde auch wahrscheinlich nicht nach hause kommen dann haue ich mal ordentlich feuer rein und lege mich erst im regen schlafen damit die sanity hoch geht mit dem stroh übrigens aber es bringt nichts ich bin jetzt gleich auf 100 wasser dass sie sich die hells nicht regeneriert das ist doch kacke so wird dunkel so wird dunkel das feuer müsste eigentlich noch lange genug halten hey ich habe bis zum nächsten tag geschlafen cool und die verbraucher und die verbraucher sich die dinger und das wird glaube ich aufzurechnen endlich noch 300 noch 240 noch 200 noch 200 noch 100 noch 100 noch 100 noch 100 ja ich habe den elefanten getötet ok ich habe einen rüssel und ich habe eine serenity von äh 73 das reicht doch noch 70 dieser kackrin ey mhm trotz tag sinkt die serenity äh sanity das ist doch kacke aber dermaßen schnell mhm das heißt man muss eigentlich nachts schlafen so wo war denn der froschteich hier in der nähe ich kann angeln ich kann angeln im froschteich cool angeln 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 oh endlich ist es trocken achso ich muss auch noch klicken ich habe einen fisch wuuu ich habe jetzt noch serenity von 50 scheiße noch ein fisch ne blume ne blume Gott sei Dank da ist die straße da ist die straße Gott sei Dank ich weiß hier am ende der straße waren nämlich blumen da jetzt bohren hier die frösche so langsam scheiße aber wir können ja noch schnell genug einen fisch rausziehen oder die tun mir nichts wenn natürlich tun die mir was alter du hast mir die bären alter das gibt jetzt voll richtiges fettes äh zieht der mir einfach meine bären raus aus der tasche der frosch oder ja aber ich habe vier fische äh drei fische die ich jetzt braten kann sehr gut so ich glaube ich habe wo sind meine schwerter da und wenn ihr mich angreift ist mir kackegal scheiß bieten ey wo sind blumen leider äh legt euch gerade mit epigeld an leider haben die ein problem holz 20 das geht noch so den hut brauche ich nicht mehr ich nehme jetzt da lieber das wo ist denn das so den hut brauche ich nicht mehr ist das da drin ja nehme ich lieber das weil das steigert ein bisschen die sanität alter du sollst es mit dem schwert angreifen ja zu spät ist es weg super es passt nirgends wohin äh dann ist das auf punkt 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 sagt mein charakter schön ist es jetzt soweit sagt mein charakter jetzt nur noch punkt 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 so mal ein bisschen ich glaube wir ziehen uns jetzt im moment nur durch rohstofffarm ne ja ich glaube das wird auch im moment nichts sich nicht verändern ja alter ist das eine scheiße hier gerade das monsterfleisch könnte ich eigentlich fallen lassen das bringt jetzt nichts mehr ich habe jetzt 190 sanity bei mir 133 aber ich muss immer noch blumen pflücken und die scheiß bienen die greifen die ganze zeit an aber ist bei mir ähnlich ne bei mir eigentlich nicht ähnlich bei mir ist es relativ ruhig gerade wenn die schmetterlinge mal ein bisschen aufhören würden so rum zu das ist api gel so ich habe wieder fast ein maximum leben natürlich wird es gleich wieder dunkel so oh api gel ist da ist eine blume der ist hier gestorben irgendwo ja ich brauche mehr stroh nur mal so zur info die nacht phase ist die target phase ist jetzt extrem lang geworden das heißt jetzt wird es gleich richtig dunkel ja habe ich schon gesehen ich mache mir mal noch ein notfall feuer weil ich schaffe es nicht rechtzeitig nach oben versuche jetzt mal hier von den ganzen Bienen wegzukommen oder doch ich komme doch rechtzeitig nach oben also ich werde es nicht schaffen also ich habe es geschafft ein froschknöchel durchnässt der fisch ja mein inventar ist wieder trocken und der fisch ist gekocht ich kann doch nicht schlafen haha ja ja tja wenn ich jetzt das gold raus ziehe ne oder die scheiße oder was auch immer hier alles drin ist oder was auch immer hier alles drin ist was kann ich eigentlich alles damit machen pfff oh serenity ist jetzt bei plus minus null geil also es hält sich gerade scheiße ach guck mal moin hallo ich bekomme was ich alles machen kann hier ach siehst du ich brauche acht spinnfäden schon wieder hm hm das könnte man machen keine vogelfalle machen aber die hält glaube ich auch nur ein paar mal wie viele spinnfäden hast du dann vier scheiße ich brauche nochmal dann brauchen wir nochmal vier oder ich brauche auf jeden fall acht für noch eine beste für den winter hab ich aber noch ein bisschen zeit hm hm ok holzmauer das braucht ne menge stroh ja haben wir scheiße irgendwo ja ich habe es gerade verwandelt in was in eine farm ach so in eine farm ist egal ja das war auch mein ah heiß mir fehlt das stroh das stroh ist irgendwie jetzt mangelware bei mir hier ist es auch komplett schon abgefarmt jetzt haben wir jetzt auch einfach mal scheiße kann ich nicht tragen geil ja gut ja gut ja wie es denn ach komm her wie es in der nächsten folge dann aussehen wird erfahren wir dann auch erst später bis zum nächsten mal tschau tschüss bis tschüss aus im 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 im